Herzlich willkommen in einer weiteren Folge Aeon! Hier ist er gerade tschüss und ich... Herzlich willkommen! Also... ja, wie ihr seht, wir haben gerade die Folge beendet und gleich wieder angefangen, weißt du... Alter! Ich kann so richtig schnell das sagen, das ist richtig... krank schon. Naja, du findest das krank, ich find's normal. Ja, so normal, wie man rappt. Da gibt's so englische Rapper, die reden voll schnell so blablablablabla Und er war so. Okay. Ah, flausch. Galexie to flausch! Äh, ja. Hey, was? Ich hab's umgedehnt. Ah, ein Penis! Äh. Hey, Junge, was willst du denn schon wieder von mir? Hier, stirb Walter! Los, frisst meine Kanone, Google, du Bitch, du kleine Hure! Also, sogar eine Chance gegen mich. Seht ihr, Leute, so geht das. Da ballab man ein paar Mal drauf und der ist einfach weg hier. Er wird weggefickt wie nix, Alter. Ist das normal, dass man in der Erde so viel Hunger verliert? Ja, das ist ganz normal. Genau wie, wenn man mit einem Ständer hat unter der Schule und jeder lacht dich aus. Deswegen lacht man mich nicht aus. Man applaudiert mich dabei. Ja, gestimmt. Die, die hat... Alter, ein Freund aus Österreich ist mir mal passiert. Der hat mitten unter dem Referat einen Ständer gekriegt. Alle haben gelacht! Und die Lehrerin... Also, die Lehrerin checks überhaupt nicht. Ah, hinter mir ist einer! Gott! Ich hasse Pedos, die immer von hinten kommen. So wie du? Pfff! Sehr ungefähr so. Ich kenne dich nicht, diese Pedophil. Du wirst ein Pedo, ha? Ha? Wer nennst du hier ein Pedo? Nirgends nicht. Welche aus meiner Klasse kennen sie schon zu gut? Wett? Hast du Glück? Ich nicht! Wer ist hier in Galaxy too loud, Pedo? Ihr habt Penis gerufen! Wie das einfach mal so da steht! Ihr habt Penis! Äh, gerufen! Ihr habt Penisse gerufen! Alter, das sieht so krank aus! Peter, wir rennen da von so'n Teil, das Penis heißt rum! Tiffff! Ey, kann man hier dafür nicht plan component? Nööööööööööä, Weil auch manchmal... und du kannst den Typen Vagina nennen haben! Keine Ahnung wie du nennen kannst aber... Pfff... Das ist das kratzt keines... Da war daraus�... Ja, du darfst die im Chat halt das reinkreichen aber... Pfff... Solange es dein Teil ist... ... dein Eigenes Dino Ding... Dein Teil... Dein Teil... Solange es dein Penis ist, dann, äh, deine Penisse, dein Penisse ist, dann ist, äh, eigentlich scheißegal. Also ich, ich hab Charakter auf Laverne Firsich und Gladdy, der heißt P-do-san. Schuster kann ich, glaub ich, noch erinnern. Ja. Den haben wir mal erstellt, der war so zum Pfannen. Und jetzt die Leute, die, mit denen ich den P-do-san kriege, ähm, komme. Zerstöre. Ja, äh, die, die denken, die sagen alle, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Name, aber weil diese P-do-f Empfehlung, а, so Pädophil, Kring. Kring, 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 Sau, ja, auf das Wort «Dankechön, Schuster, danke, 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 danke. Ich hab immer mit gern. Ja, 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 weißt, ja, ja, ging, ja. Sehelenschuss, okay, Wasserschaden, Anal Dickensichtlich, okay, cool. Eh, waf! Was!? Hast du mich grad'ne billige Hure gene�t?! Nein, okay. Wer mag Spaghetti? Ich. Bitch. Penisse. Ich rede von meinem Tier, Alter. Du Pädophiler, du. So, ich probiere meine neue Attacke aus. Alter, ist die übelst geil. Ich habe eine geile neue Attacke. Da kriege ich Mana. Wie pädophil ist das denn? Ja. I don't know, I don't know. Bitte. Was ist, du kleine Hure? Das Ding hat nichts getroppt. Ah, gefickt in dein Arschloch. Fick mal geschädelt. Alter, Tonshu, spaß dir ehrlich, Mann. Wo ich rübse bloß in deinem Video aus. Ja, aber ich muss dich jetzt rausschneiden und erzensieren. So mit so einem langen Piep. Immer wenn du riss, Piep, 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 Piep. Jetzt hört man von dir nur Piep, Penis, Piep. Ich weiß was, ich sehe jedes Wort, dass du sagst, Penis ein. Penis, 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 Penis. Ah, ha, ha, ha. Okay, wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Ich bin gerade am Seon-Tuch-Kristallstein in der Sonne. Schuster, bitte mal ganz kurz leise. Wir müssen uns hier kommen. Alter, jetzt reicht es mir einfach hier. Jetzt reicht es mir mit dir. Alter, du brauchst mal so einen richtigen Arschfick, Alter. Tja, Leute, ich habe, wie gesagt, ich sage ein paarweise perverse Dinge. Einfach so, wenn... Ah, das ist übertrieben. Besser gesagt, unbertrieben. Ah, Susi. Ich sage es einfach jetzt mal so, weil einfach es ist so wie den oder die anderen Typen. Schau mal, ich komme zu dir mit meinem Penis. Ah, Susi. Schau mal, da ist mein Esel. Bleib stehen, mein Esel. Ah, Susi-Flausch. Bleib stehen, bleib stehen. Was echt noch? Ich werde ihn niemals sehen. Ah, Susi-Flausch. Ich werde ihn niemals sehen. Alter, komm, ja, was? Jetzt... Ah, Susi. Musst du wieder kröken. War so logisch. Ah, Susi. Alter, schau das jetzt bitte mal an. Warte, ich mag fliegen. Bitte. Genau, hihi. Alter, nicht du, er. Sag dich ja. Tonju, schau es dir jetzt bitte mal an. Okay. Sag ich doch die ganze Zeit, dass er sich das anschauen soll. Aber er hört ja nichts. Jetzt, Katze, hör auf mich zu beschwulen. Und jetzt zieh dir mal die, jetzt zieh dir mal die Attacke rein. Okay, zieh dir mal bei dem Teil die Attacke rein. Okay, warte. Du hast es mit zwei S gesch... Ja, sonst wäre es nicht gegangen. Schau mal, schau mal, schau mal. Katze, Alter. Schau mal, schau mal die Attacke. Hast du gesehen? Alter. Ich muss auch solche Tentakeldinger da töten. Ja, und ich muss meine Katze jetzt in den Arsch treten. Was? Ja. Nein, Alter. Was willst du? Willst du schmusen? Ja, da komm her. Miau. Katze. Vielleicht hat man sie schnurren. Katze, schnurr mal rein. Hört man sie? Häu. Brrrr, 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 oh, Katze. Das ist gut, dann. Schnuddelbärchen. Sie wird so geflauscht werden. Ja, ich will angeflauscht werden. Sie braucht sehr viel flauschtige, fette Liebe. Ah, du bist richtig flauschig. Das ist süßig. Ah, du bist so flauschig. Ah, ja, 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 ja. Ja. Oh Gott. Hat man jetzt was? Nein. Nein. Jetzt? Ja, nur wie du sie für gewalttätigst. Die arme Katze. Oh nein, das hat gesagt, nicht so ein Katze für gewalttätigst. Das hat einen neuen Mann. Ah, ja. Ah, ja, los, lauf, Katze. Sie sind zufällig, war, tech, non. Wer ist? War, tech, non. Sag mir, wer ist dieser war, tech, non? Wer klaut mir meinen Namen? Du. Du klasst es selbst im Namen. Haha, brainfuck. Kralate! Lass es doch einfach mal. Nö, eben, nicht einfach. Der kann es klauen. Der muss dir die Kills klauen, das weißt du doch. Ja, aber es bringt sich eh nix, weil, wir kriegen sowieso gleichen EP, gleichen Dinger, alles gleich. Jetzt kommt das hier hinterher. Töte einfach nur diese Dinger hier, weil von dem brauche ich noch vier Stück. Vier Stück alter Seier, bitte viel! Ah, süße Flasch. Und jetzt liegt sie da ganz, äh, flauscht sich auf den Teppichfoden. Ich glaube, ich hätte wirklich eine Flauschpartie gebraucht. Einfach mal bisschen kraulen. Ein bisschen angeflauscht werden. Alter, ich krieg Mana bei der Attacke. Wie geil. Oh! 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 Ja, ist klar! Frei! Ja! Ist klar! Warte, wie viel? Frei! Töten wir Gulux? Nein, diese komischen Tentakelviecher. Nein, Gulux. Tentakel. Stärk, die mich ergerst. Gulux, du Nippel. Tentakel. Ich wollte eigentlich meinen komischen Esel Nippel nennen, aber das ging nicht. Nippel. Ich bin schwarz-hecht. Hey, schau mal, kannst du so gehen, wie ich gerade gehe? Schau mal nach zu mir. Kannst du so gehen? Kannst du so hüpfen? Kannst du das? Schau mal, wie ich stehe. Schau mal, wie ich stehe. Schau mal, schau mal. Ich stehe so und sitze. Oh, scheiße, warte mal. Schau mal, wie ich die Angriffe hatte. Oder schau mal, wie ich jetzt sitze. Du musst mir jetzt endlich zeigen, wie man so ein Haustier sich holt. Nachdem ich noch drei von diesen komischen Dingern da gezählt habe, zeigt. Nachdem, ja, okay, aber einmal töten wir dann noch Gulux. Sonst zeige ich es dir. Ja, komm mit, blieb mir nach. So. Einfach, weil wir dann die Tentakel-Lock nicht töten können. Ich sehe nur, wir... Du magst was Gulux finden. Nö, die sind hier oben, schau mal. Hm? So, wie viel brauchst du jetzt noch? Ähm, ich muss gerade gucken. Immer noch drei. Jetzt? Äh, jetzt brauch ich noch zwei. Und jetzt? Äh, jetzt brauch ich noch... Eins. Zwei. Sieh, die Attacke rein, schau mal, schau mal. Ähm. Hast du das gerade gesehen? Nein, natürlich nicht. Man ignoriert mich. Einfach so. Ja, ich muss mich ignorieren. Dafür bist du auch da. Ja. So, wir suchen jetzt Gulux. Okay. Golums. Galums! Wir suchen den Galum. Mein Schatz. Wie? Dann macht es so. Mein Schatz. Hihi. So. Mein Schatz. Hihi. Siehst du den fetten Wal da drüben, wenn ich jetzt in meine Richtung, wenn du in meine Richtung schaust, siehst du den fetten Wal da, der da fliegt am Himmel? Du und dein verdammter fetter Wal. Der da, grob da oben. Da oben, wenn ich so in die Richtung jetzt fliege. Siehst du den da? Der fliegt doch kein fetter Wal. Der ist der fetter Wal. Hier oben! Bist du dumm, oder was das ist? Das fliegende Teil da. Das ist dein Esel. Nein, schau mal da! Ja, genau da! Da vorne! Er verarscht dich nur. Ganz nach oben! Da ist ein riesiger Penis. Du verarschst dich nur. Checkst du es nicht? Ja, ich weiß. Habe ich trotzdem Penis. Ja. In sein Gesicht. Ich habe meinen Penis verarscht. Penis. Äh. Verarscht. Mein Gott, ich habe kaum Flugzeit. Ja, dann komm jetzt. Wo bist du? Vor dir. Hinter dir. Warst du bis hinter mir? Ich bin hinter dem Busch. Was? Hinter dem Busch. Der versteckte ich nicht immer so, manchmal so gerne hinter dem Busch. Wer das nicht macht, ist einfach nicht... Mit einer Frau oder so. Ah ja, alle die den Film Sex, Sex, Tape gesehen haben, ein Daumen hoch. Da sind die angeschaut. Er ist so geil. Vor allem mit dem Hund. Er ist so... Dieser... Ist das so ein Kampf und so ein Wachhund? Rennt auf ihn zu und er schaltet voll. Das ist Laufbahn ein. Der Hund knallt voll gegen die Wand. Und dann geht's so... Oh fuck, der Hund liegt so tot am Boden. Aufzweiflung springt er ihn schon wieder an, Alter. Der Hund ist einfach nur so ein Monster. Ein Hund eben. Ja, aber es ist auch so ein Hund. Ich klau den jetzt den Kill. Ah, ich wollte gerade den Kill klauen. Schade. Verstehst du es eigentlich? Du bist so dumm, nur für den Kill zu klauen. Nein, in der E.O. nicht. Ah ja, kannst du... Schau dir mal meine neue Rüstung an, die ist echt cool. Schau dir mal meine neue Waffe an. Lol. Schau dir meine mal an. Wie sieht es wohl aus? Quarzsphäre. Wer ist hier in Schwarz? Quarzsphäre, sagte ich. Oh, ich verstehe in Schwarz. Fähre. Ne Gesicht. Bitch. Okay, kam mir raus. Schuster, heute ist jemand so bei einem Spiel online gekommen, da, bei diesem Gary Schwarz-Tag. Der hieß Marco Schuster. Ah ja, da fliegt der riesige Mal. Ich tue blöd, dass ich das West abgeben. Und ich zeig dir dann, wo du hin musst. Lol, das war ich aber gar nicht. Also da hieß so einer. Aber das war ich nicht. Das war ich nicht. Ein Faker! Hated ihn! Also Marco Schuster, dem ist die unbedingt Taten. Also den nicht, also den, den Fächer. Und was ich, wenn es ich war? Was ist da? Du hast das Spiel nicht. Doch. Und vor allem, das hat sich wie so gleiches Kedieren gehört. Also nicht so wie ich, sondern so richtig klein. So wie Thomas? Kennt Thomas. Thomas kennt das die Fritschicken. Kekse in dein Gesicht. Bitch. Hihi. Haya kriegt dann ne... ETA KANONE! Ja, total. Ne DÖNA KANONE! Hey, kannst du mal deine neue Fertigkeiten an mir ausprobieren, bitte? Danke. Nein. Doch. Nein. Komm schon. Nein. Bitch. Nein, nein. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Ich hab vorher ne Effizienz 4 DIA-Achs bekommen und jetzt hab ich ne Halpercat 3 DIA-Achs bekommen. Komm schon, probier die aus, bitte. Bitte jetzt, Turnschuhe. Was kannst du das Police verbinden? Hä? Wichst du kannst auf? 36 Level. Bitte probier sie aus, ich mach nix. Alter, jetzt Schuster, ich mach gar nix, okay? Erst wenn du sagst, mach ich was. Natürlich machst du gar nix. Young, ich geh auf. Okay. Bis morgen demnächst. Okay, ciao. Du bist immer noch drin. Sag mir, wann ich dran bin, okay? Nein. Ich will dich töten. Ich mach dich einmal töten. Ja, okay, da musst du mich aber kriegen. Ja, bleib einfach kurz stehen und lass mich dich töten. Das siehst du richtig wenig Damage, Alter. Ja, du bist auch schon höher, wie ich. Sag, jetzt mach ich mal was. Nein, machst du nicht. Ich mach eine Attacke. Das ist nicht Grafie gewesen. Lass mich dich mal erst kriegen, ne? Lass mich dich einmal töten. Ist das eine Granate? Zeig ich dir mal die Laufattacken. Ja, deine pussige Weckrennattacken da. Ich hab schon wieder so abgekackt. Ist alt. Den Kanto halt ich. Also kläre, mein ich. Bett. Ne? Also machen. Das ist ein Duell ohne Heilung. Warum nicht. Oder soll. Zeigst du mir jetzt, wie ich so ein Haus krieg? Öh, warte. Okay, komm mit. Siehst du mich? Ja. Wie das aber aussieht, wenn ich zu springe. Bäm. Kannst du das auch? Soll ich dir zeigen, wo du das kriegst? Wo warst du? Ich zeig dir gleich, wo du das kriegst, gell. Aber ich gehe in den Falschstein. Du gehst jetzt auf diesen Teleporter da. Mhm. Teleportieren und dann nach Pandemonium. Das ist so eine kleine Insel. Pandemonium. 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 Ah, da bist du, Jakob. Ein Penis folgt mir. Das hört sich so schwein an, Alter. Okay, komm. Ich glaube, das ist so. Ja, bei dir nimmst du jetzt die Mission an, da. Die nehme ich auch gerade an. Einfach mal annehmen. Und dann folge mir. Meine Hoch. Wolltest du mir jetzt nicht zeigen, wie man... Ja, durch die Mission kriegst du so einen Teil. Und sogar kannst du auch streicheln, spielen damit. Du weißt, was ich noch. Streicheln. Ja, kannst du. Das geht dann. Du kannst duschen. Dann kannst du mit ihm duschen. Du musst mit ihm spielen mal mit deinem Host hier. Ja, wenn du mein Penis... Penis... Ich glaube, du sollst mal wieder ein Stopp, kein Hund. So, also ja, okay, gut. Das war's auch wieder für heute hier bei einer weiteren Folge. Und dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns jetzt. Okay. Hier. Vielen Dank.